Halli, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield am offiziell letzten Tag der Weihnachtsaktion und wir gucken mal wie es weiter geht bzw. wie es aussieht. Ich habe in der Zwischenzeit unsere Geschenkkarten ein bisschen hochgepusht, sodass wir jetzt kurz davor stehen, das nächste Geschenk auch noch einzusacken, abzusacken, wie auch immer. Das sollte auf jeden Fall klappen, wenn wir gleich noch ein bisschen farmen gehen sozusagen. Und ja, dann gucken wir uns erstmal an, was hier so abgeht. Wie gesagt, mittlerweile läuft es recht flüssig. Keine große, lassen wir mal die Elfen frei, keine große Ruckelei mehr und ist vor allem, blitzt es auch nicht mehr. Ähm, haben es auf jeden Fall jetzt in den Griff gekommen. Danke nochmal an denjenigen, der mir den Tipp gegeben hat in den Kommentaren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, tut mir leid, aber... Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Es hat echt was gebracht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Karten schon so zusammenkriegen oder ob wir wirklich nochmal kurz gleich ein, zwei Dörfchen besuchen müssen. Ich bin gespannt, hier liegen noch welche. Äh... Mal gucken, 21971, also fehlen uns noch 29 Stück. Mal gucken, ob da noch welche zukommen oder ob wir wirklich noch einmal in ein Dorf müssen. Scheint momentan gerade nicht mehr mehr zu werden. Okay, dann müssen wir halt gleich nochmal kurz gucken. Aber das ist ja gar kein Problem. Die kriegen wir auf jeden Fall. Damit können wir schon mal die, äh... den nächsten Punkt schon mal noch als, äh... gewonnen markieren, sozusagen. Ähm, ich weiß gar nicht mal gucken. Man kann auch nicht erkennen, was es ist. Es ist irgendwie so eine Figur, die irgendwie, keine Ahnung, ein Wurm in der Hand hält. Ich weiß es nicht. Könnte eine Weihnachtsmütze sein. Und eine Pfeife. Ich weiß nicht, was es wird. Und, ähm, kriegen wir aber auf jeden Fall gleich und werden wir dann sehen. Vielleicht lässt uns jetzt ja gerade jetzt in dieser Zeit nochmal ein paar Geschenke ins Dorf. Dann haben wir das dann bis dahin schon fertig. Au, ich habe übrigens einen kleinen Fehler. Und zwar... Weil der Ton war nicht richtig drin. Da muss ich mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme stoppen, ob das funktioniert. Ich habe hier gerade gemerkt, also... Es war ja der Kopfhörerstecker nicht richtig drin. Ich bin sofort wieder da. Sekunde. Ja, wie ihr schon sicher gemerkt habt, äh... Hat trotzdem alles funktioniert. Und deswegen geht es auch direkt weiter. Ich habe auch gerade in der Aufnahme gehört, dass es ziemlich am Rauschen war von meinen Atemgeräuschen. Deswegen habe ich das Mikro jetzt ein kleines bisschen tiefer gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Und, äh, werden wir versuchen, ein bisschen, äh, nicht mehr so zu schnaufen. Und dann wollen wir mal schauen, was uns hier jetzt noch erwartet. Auf jeden Fall hat Mr. Snake schon mal eine Aufgabe. Ich habe aber hier noch jede Menge andere Aufgaben, die noch gemacht werden müssen. Und zwar sind das folgende. Dass Homer sich vor Springfield verschwinden. Wir müssen das jetzt mal eben... Obwohl, eigentlich ist es auch egal. Aber die Aufgabe müssen wir ja so oder so machen. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal eben... Erstmal einmal hier drehen. Ich will die jetzt haben. Ah, wird wieder nix. Nein, Gott, ey, wie kann man so viel Pech haben? Jetzt kriege ich wieder so eine scheiß Schneefigur. Das ist auch total behindert. Ich hätte lieber hier das Haus oder die Karte oder irgendwas gehabt. Naja. Knecht, Rubrecht, Schneehund. Ja, bitteschön. Benutzen. Na, komm, hier, setzen wir den mal vor die Kirche. Ach, da sind die anderen. Na, guck mal, dann machen wir den mal da hin. Dann sind da schon mal welche zusammen. Und hier unten. Dann können wir die bei Gelegenheit mal... ... die ganzen Schneeviecher mal alle zusammen sortieren. Wenn wir mal lange Weile haben, machen wir das mal. Und ich gehe jetzt mal nach Crossyland und hole mal eben... ...die Leute kurz zurück. Lass die zwölf Leute die Aufgaben machen. Und, äh... ...gehe dann wieder nach Crossyland und lass hier die anderen für uns die Tickets verdienen. So. Viel lustiger wäre es, wenn wir hier wirklich auch Pfeile werfen müssten. Dass man überhaupt erstmal gucken muss, die Luftballons zu treffen. Das wäre nochmal eine Idee. So. Ähm... Wie gesagt, kassieren wir erstmal hier alles ein. 32.000 Tickets brauchen wir hier für die komische Achterbahn. Ähm... Wird auf jeden Fall noch ein, zwei... ...Tage, wenn nicht ein bisschen länger noch dauern. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir kommen ja trotzdem ein bisschen ganz gut voran momentan. Ähm... Wir gehen ins Dorf und lassen die zwölf Leute da Aufgaben machen. Obwohl, ich könnte auch erstmal diese hier lassen. Und gucken, ob ich die Aufgaben mit den anderen zwölf da... Äh... Das hätte ich vorher machen müssen. Jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe... ...kommen alle, die hier sind... ...da mit. Äh... Das Problem ist jetzt gerade, ich hätte jetzt theoretisch erstmal gucken können, ob ich in Springfield die zwölf Leute schon vollkriege von den Leuten, die eh in Springfield sind. Dann hätte ich mit denen, die in Crustyland sind, direkt da weitermachen können, ne? Aber... Das habe ich jetzt leider vercheckt. So, das ist jetzt, äh... ...halt... ...erst mal... Das heißt, dass wir jetzt erstmal hier gucken müssen, ob wir die Herrschaften jetzt alle beschäftigt kriegen. Gucken wir erstmal, was der Koch hat. Lassoichi Akkordeon spielen, ja, bitte. Hey Kumiko, endlich geht es Ihnen besser, was? Nein, ich bin immer noch traurig. Und die Tatsache, dass Sie keine Emotionen auf Gesichtern von Japanern erkennen können, macht mich noch trauriger. Was? Nein, die Sonne habe ich geblendet. Vielleicht vermisse ich einfach meine Familie. Insbesondere meinen alternden, grießgräbigen Vater. Ich wünschte, er wäre hier. Also das ist etwas, was ich über meinen Vater noch nie gesagt habe. Aber vielleicht können die Ihr Vater ja zu Besuch kommen. Oder vielleicht lernen Sie jemand Neues kennen, der Sie Ihre Traurigkeit vergessen lässt. Und vielleicht findet das alles in dieser... ...dieses Wochenende statt. In einer Sendung, die es immer noch im Fernsehen gibt, wie ich erfahren habe. Um herauszufinden, was mit Kumiko passiert, schalte diesen Sonntag um... ...8, 7c auf Foxy Zen... ...die... ...ä... ...entschuldigung... ...die Folge von The Simpsons sein. Oder auch nicht. Aber du kannst... ...hast eine... ...pfff... ...hä... ...aber du hast eine Gratis-Fibur bekommen. Nur so. Okay. Ja. Hm. Der Sonntag ist aber auch schon vorbei, wo die Folge kam, glaube ich. Weil ich habe die... ...die Angnügung schon bei Facebook gesehen. Von dem Simpsons... Von der Simpsons-Seite. Und das war letzte Woche schon, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt haben wir schon mal... ...einen. Zwei. Ah, es ist so toll zu rennen, den Wind unter meinem Kill zu spüren... ...und Freunde bis an die Ende zu verfolgen. Drei. Vier. Fünf. Ich wäre ein Heuchler, wenn ich nicht jede Art von organisierter Gewalt unterstützen würde. Sechs. Wir machen euch fertig, Nachbarinios. Sieben. Ich habe eine Menschenjagd-Lizenz der Klasse 4. Warum bin ich nicht zuständig? Acht. Mein bester Bluthund hat einen Hauch von Homers Geruch abbekommen und ist gestorben. Neun. Ich möchte meine Jagd gerne auf Bart konzentrieren. Zehn. Die Simpsons sind gute Freunde, aber man muss ja mit den Wölfen heulen. Elf. Was, was? Nein! Zwölf. Stoppt die Läufer bevor sie Zuflucht erreichen. Erfolgreiche Fünf-Mann-Spieler. Fart? Was? 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 Ich wünsche, das war ein Shooter-Game. Die Aufgabe ist übrigens gestern irgendwann entstanden. Falls ihr euch gerade fragt, wo die Aufgabe herkommt mit Springfield jagen. Das war gestern irgendwo zwischendurch, wo ich noch, wo ich noch, wo ich noch, lass mal nochmal ein, zwei Leute zur Sicherheit, wo ich, was habe ich denn gemacht, die Geschenke gesammelt. Und da kam die Aufgabe, glaube ich, noch zustande. Hauptsache, Gramp haben sie selber Jagd auf die Simpsons machen. Ähm. Ja, wie gesagt, also irgendwas, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Jetzt bin ich irgendwie gerade raus. Achso, die Aufgabe. Ja, die kam gestern, ich habe gestern, wie gesagt, noch die Geschenke gesammelt, die Geschenkkarten. Und ich habe auch so gesehen ein paar Aufgaben beendet. Und da kam diese direkt als neue, dass eben die Leute Jagd machen sollen auf die Simpsons. Und, äh, ja. Ey, dieses, das Mausrad wird immer noch als Klicken erkannt. Seht ihr das? Wenn ich hier drübergehe, das ist, klickt das Mausrad sozusagen jetzt auf den frittierenden Holländer. Ich dreh gerade am Mausrad und dann passiert das. Naja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Es scheint ja sonst zu funktionieren, aber halt beim Zoomen und dabei jetzt gerade quasi halt nicht. Aber nicht weiter schlimm. Das muss uns gar nicht weiter großartig stören. So. Flöp, 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 so. Ach, ich bin ja in dem Lack. Ich wollte ja hier hin. Nein, Gott, ey, jedes Mal. Ne. Nicht so schlimm. Dauert es halt noch ein bisschen länger. Wärme Zeit. Okay, aber eigentlich wirklich. Aber hier sind auch noch ein paar, von daher geht es ja noch. Ein bisschen was werden wir ja schon noch zu ständig kriegen. Es ist schöner, wenn die alle 24 Stunden Aufgaben machen könnten. So, sind die auch schon mal beschäftigt, oder? Und, äh, ja, wir gehen wieder zurück. Gehen wir mal wieder zurück. Und gucken, was uns erwartet. Was uns erwarten tut. Doch, noch ein Kärtchen. Aber das bringt uns nicht viel. Let's crack some civilian skulls. So, 24 Stunden. Come in. I hate being a cop. I think I bit off. 24 Stunden. 24 Stunden. This makes me feel like a snack dryer. 24 Stunden. 24 Stunden. 24 Stunden. 24 Stunden. Ja, und so weiter und so fort. So geht es immer voran. Der Hummelmann. Ah, der Ja-Saga. Mr. Burns Ja-Saga sein. Bitteschön. Die Japanerin. So. Jetzt fehlen uns immer noch 30 Tickets. Das heißt, wir gehen mal ganz fix, äh, bei den Freunden gucken. Gucken bei die Freunde. Und, äh, gucken mal, was da so auf uns wartet hat. Was hat er tat hat. Ja. Gut, äh, jetzt sind hier schon welche, wo wir noch gestern gewesen sind. Komm wieder. Das dauert alles noch. Komm wieder. Ja, wie ihr seht, hier ziemlich viele habe ich schon gemacht, ne. Habe ich gestern, äh, bin ich mal ein bisschen fleißig gewesen. Und habe uns schon ein bisschen, äh, Tickets erarbeitet. Und jetzt gucken wir einfach mal hier. Und kassieren hier die nächsten ein, so. Wie sieht's denn aus? So, da. Ein Kärtchen. Ich hab rausgefunden, wann Doppelklick macht. Geht die Karte direkt ins Inventar. Ja, nicht immer. So, 22.000. So, können wir direkt wieder nach Hause gehen. Und gucken, was wir jetzt kriegen für den Preis. Könnte der erste Preis seit langem sein, indem er wieder live und eher sozusagen überreicht wird. Äh, ein weihnachtlicher Flanders. Gut. Ach ja, gut. Meine Vermutung mit der Nikolausmütze war schon mal nicht so schlimm. Eine Pfeife ist es nicht. Es ist irgendwie ein Stift und ein Wunschzettel. Nein, Jogi. Äh, freudige Feiertage nach Barinhos. Weihnachtlicher Flanders. Ja. Läuft der jetzt hier rum. Wahrscheinlich. Würde ich mal vermuten, ne. Was ist denn hier? Wetten wir nochmal auf ohne Chance. Komm, wetten wir nochmal auf ohne Chance. Vielleicht haben wir ja Glück. Einheit ins Ziel. Mal gucken, was jetzt als Gewinner los wird. Ohne Schulabbrecher. Okay, nicht mehr. Haben wir wieder verloren. Passiert schon mal. Letztens hatten wir ja ein bisschen mehr Glück. Ja. Und, äh, damit... Würde ich mich dann jetzt verabschieden, glaube ich. Weil wir sind ja eigentlich durch. Wenn mich hier alles täuscht. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wer möchte, oder... Wer, ähm... Neuen Infos interessiert ist. Guckt mal bei Facebook rein. Facebook.com, Mobile Fanboy, äh... Abonnieren, Folge liken und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zugucken. Schönen Tag noch. Bis morgen. Und Tschüss.